Aber nicht sterben! Es ist zu spät. Mein Kettensäge ist auch wieder voll. Und noch einen. Spätarm hast du wieder? Äh, du darfst nicht arbeiten gehen. Äh, du, du, du sagst mir bitte 14 Uhr Bescheid. 15 Uhr, würde ich Bescheid sagen? 14. Okay, 15 Uhr. Okay, 15 Uhr. 14! 17, 30? Wolltest du? Wolltest du? Wolltest du nicht. Wolltest du nicht. Wolltest du nicht? Wieso hast du kein Holz damit? Ich hab mir Holz damit. Ich hab mir doch nur anzustellen. Komm! Komm! Naja. Das würde ich sagen, bauen wir jetzt das Holz gleich an und dann, äh, Höhen suche. Ich bin vorsichtig. Warte mal. 12, 24, 36. Ja, okay. Wir haben 56. Ja, da kommen wahrscheinlich der Ehre noch mehr dazu, ne? 12, 14, äh, 24, 36. Ach, ja, wir haben mehr als 50. Komm! Nein, wir haben noch mal da. Ja, was komm! Na, das ist doch, du wirst noch mal auf. Ich dachte, willst du es einfach mal auf. Na, fahr mal auf. Du wirst noch mal auf. Was du nicht gerade eben sagt, komm, geh die nichts. Äh, das soll's, äh, weg. Nein, können wir auch voll machen, alles. So einer Weise. Also, ich muss noch voll machen, alles. Nur einer Weise. Das ist aber nicht. So, dass du auch nicht. Und dann, das ist aber nicht. die der die der die es rattert hinter mir das rattert vor mir du bist noch drauf gesprungen, ich auch ich wollte jetzt nochmal ich hab ein holz wie der wartet ja eigentlich kann ich das wohl auch mitnehmen es wäre gegangen oder gekommen gegangen okay ich lege da holz rein und es wird unsichtbar das ist gleiche kennst du auf dem bahn es ist auf welchen was ist reingelegt und dieses kleine teil ja ja die kinder ich weiß nicht warum der entstanden ist noch was raus nehmen ist immer wieder neu laden das letzte mal weiß okay jetzt noch dass die was auf dem boden liegt war okay hier verschwindet automatisch das ist bei dir diese stillgeräusche manchmal welchen ist elektronisches zwischen zwischen dessen ist noch wer im kol ja einer bei mir dürfte ich nicht sein ich wollte zusammen auch liegen 46 Ja, sechs. Nee, drei. Guck mal. Okay, einmal müssen wir dann noch laufen, beziehungsweise du. Jetzt hat er nur ein Holz. Komm her, du Landratte. Arrrr. 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 Guck. Hier ist aber klar, wenn du kein Gas geben würdest. Hm? Hier gerade. Aber hier, wir haben auch keine Mutanten gesehen. Das ist cool. Hier. 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 Puh. Tackin. Hei. Na Hause. Wollen darfst du fahren? Wollen darfst du fahren? Das ist ein Regenbogen, wie du abgeholt. Ich seh den nicht. Warte mal. Dreh mal so, ich seh den Seher. Ach, da oben. Ah, nice. Muss man nicht da unten sein. Selbst vertürlich ist der oben. Wohin willst du den? Jawohl. Rechts musst du rum. Hier ist noch nicht so gelb. Da inseln, da ist nix. Hä, gelb da? Ja, da musst du noch über rechts fahren. Ist das blöd oder was? Nö, der Lande mal da. Wo du jetzt hinfährst. Wo fahr ich denn hin? Also, ich seh in die Insel. Jungen, du weißt schon, dass du das siehst. Und ich nicht. Ich hab doch da rechts rum. Nee, sag's aber, wo fährst du hin? Wo fährst du hin? Ich hab grad rechts. Mach mal rechts. Rechts. Schon schwer mit dir jetzt zu fahren. Mit dir ist schwerer. Nee, mit dir ist schwer. Worauf sind sich die Grünzeuggratisport gegangen? Rechts. Ich mein, ich grad eher, warum ist der Grünzeug istport gegangen. Da sind die über die Wand gefahren sind. Kann man von hinten auch unsere Insel durchfahren? Rechts. Kann man? Das weiß ich. Ich kann es nicht sehen. Du bist auf der Insel. Du bist auf der Insel. Ja, du bist auf der Insel. Ich seh es ja auch nicht. Ich frage dich, ob das so war. Ich geh jetzt mal von Jahr aus. Okay. Ich weiß es doch nicht. Ich seh ich für dich aus wie ein Doktor. Du siehst mich aus wie ein Hurensohn. Du bist auf der Insel sohn. Bist du gleich in Gang, Julian? Julian Land! Du musst auch er drücken, Niklas. Ah, muss er sich da einschieben. Warte, ich drück's in die Richtung. Warte. Hallo. Oh Gott. Na komm. Was machst du denn? Hä? Wo willst du? Willst du echt darüber laufen jetzt? Was hast du denn vor? Ich hab' einen Pfannenmeer. Den find ich ja mal. Hast du gesehen? War mir jetzt echt hinten rum? Ne, hier in die Seite, wo am nächsten dran ist. Aber rechts. Genau da rein. Sollte es nicht mehr in die Tür werden? Ah, hier ist ja die Tür. Ich muss so ganz kurz was da jetzt machen. Der sieht voll schön aus. Das sieht aus wie eine echte Wohnung. Das muss man einsetzen. Ja, ja, ja. Das ist doch schön. Eine echte Wohnung. leider können wir keine hasen sagen was denn auch gottes weiter weg wie machst du das ich habe damit gar keine probleme er kann guckst du nicht worauf du drückst oder doch ich drücke einfach noch nehme ich zwei stöcke auf und ich drücke gleichzeitig aus dem weg und ich weiß nicht warum naja weg das holzt hier doch vielleicht weil ich eh zu schnell triff oder so Aha, doch, dann weißt du. Ich bin nicht dran. Ja, weil du nicht so erfahren musst. Okay, dann machst du kurz die Außenwände von außen und ich mach kurz dach weiter. Dann mach mal so. Ja, geht nicht, ne? Ich hab's doch hier gekriegt. Tja. Weil du nicht so erfahren bist wie ich. Könnt ihr bei ihr hier Fresse halten? Hier sind Mutanten auf der Insel. Hinten. Ja, ja. Weitere Entfernung sind sie zu sehen. Du meinst Eingeworne? Ja. Du meinst Eingeworne? Ja. So mein ich das. Wie bitte? Ne, ne, mach mal. Ich brauch irgendwas anderes, was ich hier anscheinend hatte. Weiß nicht mehr. Ich bin tot, kann ich nicht wiederholen. Lebst du noch? Nein, ich bin gestorben. You, maista! Wie brauchen wir hier? Noch ne Möwe töten. Bill, au심 sehr schlechter indicer. B 2 oder die zudem sein 3 oder die Beste und vorputze. Jetzt kann sie zaubern. Keine neue Geduld. Ist das Feuer in der Bruder an? Ja, mach doch was zu essen. Willst du auch was haben? Ja. Setz dich, komm. Wie ich nochmal holz und erstmal kurz brennt. Das war nicht komplett, du? Ja, ich weiß. Welches Dach ist nicht gereist? Welches Dach ist nicht komplett? Was ist das? Ja, ich hab's doch nicht einfach angefangen, richtig. Achso, ich hab fertig gebaut. Also das war ja richtig. Warte. Ich hab's doch gedacht, was ich später mache, weil es so anstrengend ist. Hast du was, Neuventar? Was meinst du? Ja, das größte Stück. Und ein Kopf? Ja, hab ich das Stück. Dann gehen wir. Nur Knochenfähnisch ist's. Ein paar. Ich brauche nur noch 14 Holz. Ja, das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Wir brauchen noch viel mehr. verstehe witze meinten weißt du die brücken gehen drücken übergänge übergänge na was wohl im sinne von übergänge ja wohl den übergänge hier von wo nach wo hier zum beispiel ja okay direkt zum lagerhaus machen ja klar jetzt war das mal anfangen oder willst du dann erst mal das ist das lager aus dem mache ich erst mal das dach ja später machen du hast die verdächtigen gemacht da muss noch weiter nach außen da müssen wir hier die Ebene gerade haben warte mal geh mal weg geh auch selber weg ich sehe es kommen wir bauen die richtige Festung irgendwann mal ich äh unsere Fische sind nicht an hier war es ist auch nicht richtig das war aber machen von der Himmelschen Pink Lila wir lassen es machen wir haben doch jetzt noch Zeit du probierst das nicht du hast doch zu machen okay weil das andere war haben wir nämlich schon mal versprochen was ist falsch hey 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 be intelligent oh nein kommst du gleich das Boot mit abholen manch muss es ja so machen am